noch den bürger pass gekauft was er wird daran auch da bist du okay war ja jetzt neu reingekommen ist das ist die einzige explosive waffe die benutzen dürfen ansonsten kann und für doch sagen es geht direkt los nicht mit mir ich bin ja schon voll fällt mir gerade auf was finde ich hier keine shotgun alter das fakt mich gerade komplett ab so so hast du mich nicht abonniert alles klar okay dann hat sich das schon mal geklärt ich bin raus gar nichts kennst du schon das neue lied von team ja halt eben von das team von capital show city das war so klar dass er jetzt auf mich drauf gehen wird kollege ich bin grad überhaupt nicht in stimmung für dich 30 ap ich bin grad nicht in stimmung so jetzt kann für mich ich brauche es mal hier ich bin Ich bring mich schnell um. Oh, schnell die Munition mitnehmen. Nein! Okay, egal. Jetzt hab ich wieder voll Leben. Ha! Und du hast keinen Kill. Easy. Siehst du mich? Oh. Oh, nö, dann brauch ich auch ne Fernkampfwaffe. Hallo? Kann ich ne Fernkampfwaffe kriegen? Hallo? Oh. Oh, arm. So. Falle. Wollen wir versuchen mal einen Fallenkill in Spielwiese zu machen, ob das zählt? Ja, wir können es ja nachher machen. Wir können es ja auch testen, falls jemand von uns ein Feinkel dann irgendwie gottweise irgendwie schafft. Können wir das ja versuchen. Okay. Alles klar, Boy. Was? Junge! Was? Ne? Habe ich irgendwas zum abhauen? Ne, diese Drecksfallschand-Geschichte funktioniert ja gar nicht mehr. Junge! Habe ich mich erschrocken, als dieser Schuss kam und ich kam einfach nicht durch die Tür. Ich kam und kam einfach nicht dadurch. Ich mach doch gar nichts. Ich will mir nur die Hype positionen. Ey, Kollege. Junge! Was hast du für ein Buch gefunden? Hier, nimm dies! Nimm dein Weißbrot! Oh, Mann. Junge, er gönnt sich erst mal. Junge, ich komme jetzt da runter, ey. Oh, herzlich willkommen an dich, er ist der Zuschauer. Was geht? Du verkackst ja komplett. Hi! Nö, 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 nö. 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 Ich hab Schild. Ist halt so, dass, das finde ich irgendwie so fragwürdig. Hast du irgendwie ein Aim-Bot an? Warte mal eben kurz, ich guck mal eben in den Einstellungen irgendwas von Aim. Aim, 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 aim. Warte mal, warte mal, für mich ist Stopp, ja? Ah, das würde ich gerne anhalten. Ey, für mich ist Stopp, wenn du mich jetzt abschließt und du gehst mich. Nein, ich hab nur, falls ich, falls ich irgendwie halt ... Oh, wie geil! Wenn ich jetzt zum Beispiel was mit einer Treppe bauen würde und dann zurück gehen würde auf meine Schießwaffen und dann wieder ins Baumenü, hab ich direkt wieder die Wande. Was lag da unten noch so? Nö, 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 nö. Ähm, Jutta muss los. Nee, bruder muss los. Ey, come on! Alter, geil! Oh mein Gott, du bist so low! Du bist so low gewesen. alter weißt du weißt du wie ich dir so einen geilen hit gegeben habe alter der war ja göttlich du bist im jamt gewesen und ich gebe dir erstmal nicht richtig heißen hit für mich ist nur kurz stoppt ja ich muss mir wieder was man in den einstellungen gucken weil ich habe irgendwas mal gehört dass man irgendwie ein boot einstellen kann und dann würde ich gerne wissen für die anderen falls hä ja Junge, ich will diese Falle platzieren, ich kann sie nicht platzieren, das ist so scheiße. Junge, Fortnite ist gerade mal wieder abkacken bei mir, ich will diese Falle, ich muss essen gehen, ähm, ciao, Leute.